Ja, dann gibt's noch, äh, der Mädchen mit den Strindhölzern da, oder Streichhölzern, die verbrennen lebendig. Oh je. Dann gibt's... Das sieht aber nicht gut aus hier. Der Daumelutscher... Der Daumelutscher, dem wird der Daumelutscher vom Schneider, den fand ich als Kind immer gruselig. Ja, so die Clubs rumkampfen. Und die beiden Jungen, die den Jungen da ärgern, die werden in den Tintel gesprungen. Die wurden irgendwie... Wir benötigen kein Geschütz. Ja. Huiuiuiuiui. Wir haben ein bisschen geschützt. Position ihre Fans. Horder unter Schüttungswaffe ab. Ganz schön brutal. Also hier... Geht alles hoch, aber ich hab noch keinen einzigen Gegner gesehen. Wenn ich übersehe, jetzt geht alles hoch. Ach, wir haben die Filz wieder gefunden. Ach, Filz is down. Oh, wie schön. Auf einmal wird es zu hell. Ja. Wir haben Durchbruch. Oh, der ist aber weit geflogen, der Buck. So ein Remmer jetzt eigentlich. Erstmal Richtung großes Nest, ne? Ich hab im Netz markiert, so ein kleineres. Wo ich markiert hab. Oh, da sind Zeiten. In Zeiten. In Zeiten und da kommt auch eine Fliegerpatrouille. Und da kommt unser Tintakelfreund. So, ich da... Ah, das haben wir schon. Ah, super. Ich hab den nur in die Beinchen geschossen, weil die mich abgelenkt haben. Auf die Beinchen. Aber schöne Beine hat er. Muss man ihm lassen. Wörtlich. 300 Meter. Schöne lange Beine. Das war das, worauf es ankommt. Beharrte 10. Beharrte 10, ja. Beharrte 10. Beharrte 10. Außer mit Zielgruppe dann. Wow. Steht doch. Boah, ne Rakete hat ihn voll erwischt gerade. Da ist ein Bunker. Das ist der Orbitalstart! Der ist der Start! Ah super. Ist jemand? Nein. Kommen wir das Vorräte an! Ausrüstungspaket dürfen ein. Haben wir's gefunden? Welke noch? Hier wäre ein Punkt. No, wir können's ja gleich versuchen. Aber jetzt erstmal hier... ...dann... ...ehm... Zaun! Ey! Ja, aber ich guck mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perilfire 3 ist jetzt hier ein Trailer raus. Gebt ihr den? Das ist doch dieser Horrorfilm, oder? Mit dem Clown, der ist so richtig... Oh, oh. Oh, oh. Wenn ich gerne gucke. Du stehst auf Clowns, ne? Der Clowns wirklich cool. Der ist... ...cooler Clown. Der war mir... Der war mir sympathisch. Der konnte ich mich zu Relate. Oh, er ist so cool, er sagt Relate. Ja. Entschuldigung. dub внут. Oh, oh, oh. Wir haben auch den großen Tentakel Freund hier. Alle mal auf seinen Kopf geschossen, aber ich glaube, ich werde nicht lange überleben. ja lauf weg genau sind wir die besten tipps hier ja wir sammeln uns neu und denken uns eine neue strategie aus ja aber wenn man langsam ist dann kommt man nicht weg von die drogen gegeben wenn du die nimmst dann am besten immer so abzuhauen wenn du sag mal ich habe angst ich will nicht gezündet werden warum habe ich jetzt zwei tentakel viecher hier vorne ich renne ja jetzt bin ich aus dem gebiet raus so toll kenne ich auch scheiße du näherst dich am rand der missionsgebiets ja ich merke schon hat es immer so nervig kann immer rennen naja der 380 wieder einsatzbereit sehr schön den wollte ich aber nicht haben den habe ich nicht bestellt warum verdrück ich mich jedes mal an derselben stelle ich hoffe die kriegen jetzt ja das könnte passen das könnte super passen den tentakel einfach noch im punkt ja es leid aber können nicht wir können dir nicht helfen selbst auch bis weit weg voller ja ich habe mich doch was mich doch mal nein ich wurde explodiert er wurde explodiert und da fliegt aber weit gut sagt nicht auf den kleinen warum ja kann ich jetzt für das ist ein klein gewählt hier oben so meine ganzen sachen ist doch hier nicht heulen kämpfen kann nicht weshalb der zarte seelchen ein emotionales wesen ist das ist ein interessanter heulen ja das ist nicht schlimm ich stehe dazu auch mehr dürfen weinen ja das schon ich bin nicht so eng ständig wie du und sagt man darf dich weinen nein ein mann muss gefühle zeigen es ist ein unterschied zwischen wegen jeder scheiße rumheulen und wirklich gefühle zeigen und weinen das muss man doch selbst entscheiden weswegen man weint was einen emotional belastet so rede ich eigentlich mit dir warum tue ich mir das eigentlich an jedes mal wieder nennt sich masochistische veranlagung erversichtlich ist jedes mal dieses gefühl mit dem kopf gegen eine wand zu schlagen ich weiß und vorher zu wissen dass die wand gewinnt bei dir ja ich habe nichts zum reinwerfen ich werde mich selbst sein ich habe keine muni mehr ich habe keine granaten komplett leer geschossen oh mein gott oh mein gott wer ist er denn herzlich willkommen wie geht's dir hallo kreuner benno bist du da unten im loch drin ja er war drin aber ich gehe gleich wieder rein ja das würde ich jetzt nicht mehr machen wo zum teufel herzlichen willkommen gräuner beim helder abend kreuner willst du übernehmen ich bin tot und stürmer fliegt nicht ins loch wenn du unterkommst nein nicht ins loch reinfliegen da kommt gerade was ohne okay easy nein ja er hat auch vorher schon gesehen hat er da runter geht ich stand neben dir ja ja ich war außerhalb nur innerhalb du hast ja gefühlt dass ich recht hab also ich lebe noch er hat keine gefühlt natürlich das ding weine ich auch oh man auch wieder da da ist ein titan was ist denn heute los warum bin ich denn heute wir gehen in die vollen gräuner wie schauts bei dir wie war dein tag die freiheit sehr gut keine proben unten aber jetzt sammelt er kann also auch nicht gestorben bin ich habe nichts mit alles gut bei dir gräuner wir machen hier gerade den härtetest im chaos er hat mich nicht sie haben mich gesehen oh nein woher du kannst glauben du bist im kreiswende ja einfach gelacht munition alle ich habe schon wieder keine munition ich habe den pensy gefunden nein glaub ich schönen grüß von der demokratie muss schon wieder muni orgen sorry oder braucht ihr die ja da ist der pensy die habe ich gerade mir geholt ok hat was gefunden soll ich gar nicht schlafen wir benötigen ein gefühl ja oh oh das ist irgendwie ist hier noch was drin ne irgendwie ein Nest oder so erbitte stärkere Waffen das ist ein Leiche toll das ist eine Scheiße ist denn nicht da geht doch einfach weg also die muni ist mal so ein bisschen aufgeschmissen ne komm wir gehen hier weg wir gehen hier weg he 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 wir sind auf den Weg zu den letzten 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 Eier was war das aber die ist der pensyberg da ne hab ihn doch schon genommen alles klar alles klar supi immer boy oh da ist schon wieder ein Schmetterling entschuldigung boah benno was bringst du denn da mit ich hab keine muni mach besser du laus ok wir haben Kreischer Nest noch hier äh ne ist gleich weg drei Schüsse sind schon von mir drauf oh jetzt drei Schüsse sind schon von mir drauf bei mir ist Rationalin nördlich ich versuche hier grad irgendwo Muni zu kriegen ein Schuss noch wenn es wahr ist oh da ist schon wieder ein Schmetterling der ist so niedlich habt ihr gesehen der ist grün mit einer blauen Maserung drei Schüsse ist down ach ich hab Muni gefunden und Ü-Credits geht weg geht raus aus meinem Loch ähm oh mein Gott jetzt kommen die alle rein hier ok man will nur das hören was man hören will Koala was ja ja da sind schon wieder die Pirscher deswegen ja ja ruf Nachschub ich renne oh nein oh nein der Pilz Stürmer kommt schon wieder verdrückt hier für euch hier 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 lokal ist ja hier 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 Au. Hört auf zu züngeln. Das kann doch nicht. Boah, ey. Wo ist das Nest? Hier ist das Nest. Werf. Ja, wo ist das Nest? Hier ist das Nest. Ihr macht mich fällig. Ja. Scheiß Bugs. Ja. Ja. Aber Koala, das hatte so ein bisschen die Harnes-Wives. Ja, aber ich bin nicht draufgegangen dabei. Das stimmt. Oh, der ist nicht tot. Nein, 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 nein. Ich bin schon mal bei der Abholung. Ich warte auf euch. Was? Aber ich bin nicht alleine. Die haben den Stürmerlst kaputt gekotzt. Oh nein, ein Piercher. Piercher. Au, da ist ja wirklich vorbei. Au, ich bin tot. Aber da waren schon zwei Piercher-Löcher. Komm mal wieder her. Genau, sie geht. Ein Loch ist da. Auch so weit, Gräuner. Auch so weit. Ja, ja. Komm mal. Die haben jetzt gar wieder ausgemacht. Wer ist ausgemacht? Oh, mit einem Nest, was die Platte ist. Schau mal, die haben, glaube ich, wieder ausgemacht. Ja, ja, du bist nicht da. Doch, jetzt bin ich wieder da. Mann! Vielleicht habe ich dich ungünstig geworfen. Falls das so ist, tut es mir leid. Wenn man auf jeden Fall Spaß macht, weiß ich gar nicht. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich bin, da weiß ich nicht, wen die da anspucken. War ich nicht gerade bei der Zeit auf dem... Die Spucken, die ganze Zeit auf dem Exit-Prob. Ja, meine Brümmchen. Ja, weit weg von Exit. Ich gehe noch mal gerne. Ich sage gerade, sag uns so aus. Falls du so aus bist, wenn du ausschaltest, ob du da bist. Da geht mir nicht raus, damit. Es kostet ein wenig Demokratie. Tentakel. Was ist denn Tentakel? Tentakel. Aber wo sind Tentakel? Ich weiß nicht. Schau ab. Ich bin ehrlich. Oh nein. Kildstürmer. Oh nein. Lauf ich jetzt genau rein, oder was? Ich gehe hin rum. Oh. Woppe. Wir sollten abhauen. Wie lange wir jetzt noch Zeit haben. Ja, ich war ja schon gerade am Ausgang. Ja, plötzlich war er dann bei mir. Ich weiß auch nicht, wie das sein konnte. Wenn wer fragt, ich war es nicht. Alles gut. Wenn ich es nach Hause schaffe, also zum Ausgang, dann kriege ich auch meine Waffen. Du kannst am Weg meine mitnehmen. Die lagen da noch. Ich habe sie nicht gesehen. Oh. Ich habe gerade nur Chaos. Hallo. Aber so sah es gerade nicht hier aus. An dem Berg kenne ich. Oh Mann. Wo ist der hier? Wo ist der Stinker? Eine Probe. Oh. Darf mal hin. Hier müssen irgendwo meine Waffe liegen. Eine Probe. Oh. Ich kann dir sonst in ein paar Sekunden meine Waffe rufen, wenn du möchtest. Ich kann die auch rufen, aber ich dachte, ich kriege jetzt welche, die hier liegen. Ah, ach so. Du, da ist was Großes. Ich habe sie gefunden. Aber da kommen wir nicht hin. Ich bin gerade sehr unwichtig für euch. Ey, der liegt doch immer noch. Der stinkt nie. Ich kann leider nicht drauf schießen. Spring mich doch nicht an. Und, hier kommt ein Titan. Da kommt noch ein Titan. Da kommt noch ein Titan. Und wo kommt wieder das Gestank her? Oh, ich bin tot. Da stürzt sie auf Titan. Oh Gott. Ich sehe ihn. Alter. Die reihen sich ein. Den Berg hoch. Aua. Jetzt fällt er noch runter. Fällt aber besser so. Hier unten ist frei. Das ist ganz cool. Der hat kaputt gemacht. Da kommt noch ein Ding. Ding. Prost. Okay, die Stürmer hat mich umgehauen. Nice. Bitte direkt wieder starten. Direkt nochmal kommen. Da wurde ein der halbiert. Die Stürmer hat mich umgehauen. Oh, ich habe einen Stürmer nicht getrunken. Titans down. Ah, Hilfe. Boah, sind die stark, Mann. Der Ekelstürmer. Oh, ich bin zu mir tot. Der Ekelstürmer hat mich tot. Ich habe hier zwei Stürmer. Hat eine Waffe. Oh, habe ich noch nicht. Warte. Aua. Komm, beeil dich. Wir wissen doch, die Brot war da mal entgegen. Ja, ich versuche mich jetzt. Hörste, Granate! Au, au, au. Ich bin tot. Ja, ich hole euch. Ich bin auch hier eingeprasselt. Der Hiet stirbt nicht. Da kommt ein Taitner. Da kommt was für uns runter. Seid ihr bereit zum Einsteigen? Wer soll ich einen Benno holen? Der ist nicht da. Irgendwas. oder gehen wir ohne habe ich habe ich habe ich jetzt gerade getötet worden ich habe die ganzen proben die müsste man nicht mal zu gar nicht okay ich habe ein schild aufgelesen alter ihr soll doch nicht sterben ich bin ich denn auf nein ein 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 und sind die leben weg, ist doch egal! Geh, einer rein im Shop, sonst sind die leben nachher alle weg. Geht rein! Geht rein! Los! Alle rein! Zualler bitte bitte... Kann ich nicht! Wie denn? Ich seh nicht mal, was ich tue! Die blockierten Eingang! Hilfe! Krass, da mittendrin und dann noch die Arme hacken drauf, weißt du? Schassi! Oh, scheiße! Vor allem hast du einen von den Nebelsturm an, weg kommt der Nächste? Ja, da müssen wir jetzt eigentlich die Schwierigkeit gerade freigeschalten, oder? Ja! Aber ich geh jetzt einen herunter hoch! Ne, wir haben noch eine Runde, oder nicht? Ah ne, das war die letzte! Ich geh dann auf, bis gleich! Bis gleich! Oh, wir haben Superhelder! Sorry Korra, tut mir leid! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ja!